Diese Welt und diese Zeit in Worte fassen, verdichten, vermahlen und vertonen. So lautet das Motto von der Himbergerin Ilse Storfer-Schmidt. Wir haben die Künstlerin in ihrem Atelier zu Hause besucht. Ilse Storfer schreibt Gedichte und Kurzprosa, malt und komponiert in der ihr eigenen direkten und doch philosophischen Art. Und in diesem Atelier ist einfach alles vereinigt. Es ist die Musik da und es sind meine Bilder da und es regt mich auch selber immer wieder an. Ich liebe vor allem die frischen, lebendigen Farben, den Ausdruck und das baut halt auf und das sieht man darin. Woher kommt denn diese künstlerische Ader bei Ihnen her? Naja, ich glaube, das ist sogar familiär begründet. Ich habe in meiner Verwandtschaft schon Dichter und teilweise, glaube ich, sogar Maler, Musiker noch mehr. Mein Vater war ein begnadeter Sänger und es hat sich halt im Laufe der Zeit so ergeben. Ich bin Lehrerin gewesen, aber nicht sehr lange, ungefähr 15 Jahre, war Musiklehrerin und habe auch Zeichnen unterrichtet. Und mich hat das halt immer schon angesprochen. Die Frau Prof. Ilses Dorfer ist eine Künstlerin, eine Himbeer-Künstlerin, die die Kultur aus Kärnten mitgebracht hat. Sie ist eine Kärntnerin und sie macht sehr viele Kulturveranstaltungen, Autorin, Malerin und sie malt ja, wie man hier sehen kann, auch wunderschöne Bilder. Sie veranstaltet auch für die Gemeinde immer wieder viele Kulturveranstaltungen, legt das Programm fest für Muttertagsfeiern, Weihnachtsfeiern. Leider gut, das ist das Kulturleben heute jetzt momentan praktisch nicht möglich aufgrund von Corona. Aber es wird hoffentlich nächstes Jahr wieder kommen. Und es sind wunderschöne Bilder. Wir haben schon seitens der Gemeinde einmal ein Bild gekauft im Vorjahr und ich werde heute ein Bild mitnehmen. Erstens hat mich das Bild sehr angesprochen und zweitens wollen wir auch die einheimische Künstlerin auch seitens der Gemeinde unterstützen. Und was empfinden Sie persönlich denn, wenn Sie jetzt auf diese Kunstwerke blicken? Ich bin ein Techniker, der nicht so kunstbegabt ist, aber ich frage immer wieder nach, was denkt sich eine Künstlerin bei dem Bild, was ist der Hintergrund, was ist die Aussagekraft. Und da kommt man darauf, dass es unter Umständen unterschiedlich ist oder doch auch verbindet. Wie entsteht denn ein solches Bild und was für Techniken verwenden Sie? Ich bin Acrylmalerin in erster Linie. Also früher einmal habe ich in Dispersion gemahlen, weil die auch sehr farbkräftig sind. Ich habe bunte Gedichte gemacht mit Texten drinnen. Wie dann diese Mode mit diesen großen Leinwänden aufgekommen ist und die Acrylfarben, das war ein leichter Umstieg für mich. Also ich meine in erster Linie in Acryl, lasse mich inspirieren von allem Möglichen, auch von Anregungen. Manchmal mache ich sogar ein Aufdruckswerk. Manche wollen nur eine Landschaft haben oder manche halt wirklich nur abstrakt. Und manches kommt einfach von innen heraus. Und hin und wieder inspiriert mir meine Dichtung. Und manchmal ist es umgekehrt, da habe ich ein Bild und das inspiriert mich dann wieder zur Dichtung. Was hoffen Sie denn, dass die Menschen empfinden, wenn sie so ein Bild von Ihnen vielleicht mit nach Hause nehmen? Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, also mir haben Leute schon erzählt, die bei mir ein Bild gekauft haben und zu Hause aufgehängt haben, dass die jeden Tag, wenn sie draufschauen, immer wieder diese Freude haben. Und für mich ist es das Schönste, wenn die Leute ihr Bild finden. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Jeder, was er halt für Wünsche hat. Aber er soll raufschauen und eine Freude empfinden und sich ein bisschen aus dem Alltäglichen herausheben lassen. Wie empfindet denn eine Künstlerin, wie sehe es diesen erneuten Lockdown und was macht man während dieser Zeit? Naja, es ist schwierig. Absolut schwierig, weil vor allem bin ich auch Chorleiterin, komme nicht unter die Leute. Ich muss halt zu Hause sein und man glaubt immer oder ich habe geglaubt, ich könnte das jetzt nützen zum vermehrten Schreiben, zum vermehrten Malen. Es ist nicht leicht. Man kriegt die negativen Schwingungen natürlich mit, auch wenn wir abgelegen wohnen. Man hat ja trotzdem die Nachrichten ständig da und alle Telefonate und so weiter. Und dadurch ist es einfach schwierig. Man muss sich halt als Künstler und so verstehe ich mich halt einfach aufraffen und zu diesem ganzen Negativen, was man jeden Tag da irgendwo mitkriegt, irgendwas Positives dazugeben. Und das motiviert mich dann wieder. Und dann, wenn ich mal anfange, wenn ich zum Malen anfange, werde ich positiv und dann kommt schon wieder was. Auf was freuen Sie sich persönlich jetzt am meisten, wenn dieser Lockdown dann hoffentlich irgendwann beendet sein wird? Naja, dass ich halt wirklich wieder unter Leute gehen kann, dass ich wieder auf die Bühne kann, weil ich stehe ganz gern auf der Bühne, dass wir auch eine Vernissage machen können, wo Leute dabei sind, wo dann ein reger Austausch ist. Und natürlich auch, dass wir hier in der Kulturwerkstatt im nächsten Jahr unsere Veranstaltungen wieder ganz normal machen können. Dankeschön. Danke.